Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu Uncharted 4. So, ähm, was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Ah, wir müssen hier dieses Rätsel, glaube ich, lösen. Ähm, habe ich dazu schon ein paar Notizen gemacht. Okay, ich habe die Namen von zwei von Ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Ja, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt, äh, uh. Ähm, wie drehe ich das? Ah, so drehe ich das nochmal. Ja so, äh, hui. Ähm, aha, ich muss mir wahrscheinlich erstmal die da oben schnappen, von den zwei, die ich nicht kenne. Malik, äh, wir haben hier keinen Vierer, wir haben hier einen Vierer. Dann ist das wahrscheinlich der Affentyp. Affige Sache. So, ähm, den müssen wir dann demnach so drehen. So, leg das mal hin. Danke, Mr. Nathan Drake. Danke. Äh, den schnappen wir uns noch. Dann machen wir den mal hier, äh, 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 hier hin. Wie so betrunken, ja. Äh, wo muss, wo muss das hin? Äh, 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 hier. So, also, damit das übereinstimmt, weil sonst passt ja an den Seiten hier keines, ähm, drehen wir erstmal das hier. Und zwar... So. Haha, haha, haha. Du brauchst mich gar nicht verarschen tun, ja. Entschuldigung, meine Stimme macht wieder mal gar nicht mit heute. Das ist... Zum, 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 katzen. So. Also, Tiger nach unten, Waage nach unten. Und die anderen beiden wissen wir nicht. Das müssen wir erstmal rausfinden. Okay. So, dann lass mal schauen hier. So, Waage nach unten. Das könnten wir eigentlich, glaube ich, so lassen mal. Tiger so. So. Ne, so, ne. So, das, das ist, das ist jetzt ein bisschen... Äh, so. Vielleicht so. Oh, oh Gott. Jibie! Woo, woo, woo! Was haben wir hier? Ah, ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich bin ja nur... Piratenexperte. Hm. Äh, so. Was machen wir jetzt? Hier, soll ich da, kann ich da, hallo? Ich kann, ich kann nicht mehr auf Sally. Sally, Selfie time! Okay, einmal. Klick. So, muss ich das hier nochmal... Aha! Ah, ich hab mir mein Jeans beigeschlagen. Aha, 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 aha. Ah, hier. Ja, zweimal. Oh, den nächsten Dreck kann sogar bis auf zwei zählen. Und zack. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Genau, genau. Warte, sag's nicht, ich will es als erstes gesagt haben, ja? Halt die Klappe, Sally, halt die Klappe. Was tust du? Äh, du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averichs Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also, wären Sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das lernt man ja schon, das kleines Geld, wie man das macht. Pass auf. So ein 1-Euro-Stück, äh, so ein 5-Euro-Stück oder keine Ahnung, was für Euro-Stücke es gibt. Ich komme nicht aus Europa. Also, nicht aus Deutschland. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Ja. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschenkumpel. Was? Linzenz? Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Ach Gott, so offensichtlich. Nein. Warum hab ich das nicht eher erkannt? Jetzt spuckst du rein voraus, wovon zum Teufel sprichst du? Nein, nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, du bist Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Ray. Oh, nee. Ist ne Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich hab ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate. Du weißt, ich steh auf Wette. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Brave Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Aha. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er grad gewinnt. Okay? Ja, genau. Hahaha. Gott, Lee kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Oh nein. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab grad noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir, äh, dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Oh, 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 oh. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße. Sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Nate weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Oh, 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 oh. Oh, jetzt reicht's. Oh, jetzt reicht's. Oh, verdammt nochmal, jetzt reicht's. Hey. Ich kauf dir ein neues. Hey. Hey, da waren noch alle meine, nee, hier, Schlangenbilder drauf. Schlangenbilder, ja. Oh, es gibt's noch nicht. Jetzt kommt Rayfee wieder um die Ecke gekackt. Mimimimi, ist alles meins. Ja, wir werden, wir werden. Oh, jetzt muss ich dem auch noch auf die Fresse hauen. Wirklich. Oh, wir haben hier zugemacht. Geil. Komm. So schnell wie möglich in nächstes Auto. Oh. Oder die starten da gerade ein Feuerwerk. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß das schon. So. Jetzt schwimmen, darf ich mal eben? Oh, hallo. Oh, ich habe ein Pupup gefasst. Ah, verdammt. Lass mich durch. So, ich komme. Ich komme. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey. Bist du stresst oder wie? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ah, oh mein Gott. Jetzt geht's los. Let's get's now. Woo, 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 woo. Komm her. Komm, zeig deinen verkackten Kopf jetzt hier. Hallo. Ich sagte, zeig deinen Kopf. Dankeschön. Ey, du. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Eindeutig Kopf. Ha, 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 ha. Äh, hallo? Ah, ah, wo bist du? Hi. Immer schon Kopf hier gebrauchen. Ha, 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 ha. Oh. Ha, ha, ha. Ja, jetzt. Oh, heilige. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Let's mir machen. Warte mal. Hier. Für dich. Oh, oh. Die kam zurück. Ui. War das? Machen wir nochmal. Ich hab keine Granate mehr. Also, warte, wir hauen ab. Ah. Sag mal, spielst du? Nein, 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 nein. Danke, Pali. Oh, oh. So, es wäre mal Zeit für was durchschlagkräftiges. So, warte mal. Hier, komm. Hang. Oh, oh. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. So, warte mal. Darf ich mal eben kurz? Entschuldigung, entschuldigung. Ey. Komm, was spinnst du? Spinnst du? Au, 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 au. Der hat mich einfach zusammenprügelt. Was fällt in dem Schweinehund ein? Was muss ich denn hin? Ha, 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 ha. Warte, 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 warte. Ich brauch doch nicht. Warte, 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 warte. Ich muss doch irgendwas tun können gegen das Scheiß-Teil. Aua, 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 aua. Hier, Jungs, fangt. Oh, 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 oh. Die Wacker. Oh, 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 oh. Jibbi. So, ähm. So, ich renne jetzt einfach in dem Scheiß-Teil vorbei. Also, ich kletter drüber. Okay, tschau. Tschüssi. Oh, 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 oh. Halt. Warte. Jetzt reicht's mir aber hier. Aua, au, 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 au. Wer schießt denn da doch? Würde ich das bitte unter... Lassen. Himmler, schon zu mir nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Warte, 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 ich brauche es, muss erst mal hier, warte, warte, warte. So, jetzt reicht's. Das ist zwar ein Panzerauto, also gepanzert, das Auto, aber das Ding ist doch nicht unterstunden. Ups, oi, aua. So, was bist du hier? Was sollt ihr heim, du? Kleiner... Kacku. So. Jo, hier, jups, für euch. Viel Spaß. Was ist das? Komm, ich... So, ich... So, Winkel, Luftrichtung, äh, Herkrümmung, hier, fang. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Aua, was soll ich denn jetzt tun? Abhauen ist eigentlich meine Stärke, aber hier ist gerade meine Schwäche. Hier, fang. Okay, die geben wir auf den Sack, die geben wir auf den Sack, die geben wir auf den Sack. Die GEMA geben wir auf den Sack. Komm. Hier, schnuppern meine Kalaschnick auf, du Ferkel. Warte, 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 warte. Ich glaube, ich muss da lang. Ja, lass mich, Hilfe. Oh, echt jetzt. Echt jetzt. Hier, fang. Oh, oh, der war gut. Na, kannst fliegen, jo. Hier kommt, zack, ciao. Ey. Mann, nennt mich nicht umsonst, Schub. Ba, 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 ba. Backe, Mann. Ja, ha, 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 ha. So, und jetzt, da war ich ja vorhin ziemlich in der Bordolier. Als ich da in die Mitte gegangen bin. Aber ich glaube, wir müssen weiter. So, da kommt hier der zweite Kahn. So, jetzt rennen wir einfach durch. Komm, komm, Sally. Wir rennen einfach durch. 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 Ja, ha, ha. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein, nein, nein. Oh Gott, kacke. Ich wollte doch einfach nur da rein. Rein. Ich wollte nur da rein. Okay. Lass dir Zeit, Joey. Lass dir Zeit. Du schaffst das. Ich weiß es. Du bist der harte Wookie-Krieger. So, darf ich mal eben schnuppern meinen Lauf, Baby. Schmeckt's, ha? So, ciao. Was war das gerade? War das ein verdammter Raketenwerfer? Ei. Schleich die. Wie gut mein Endzeitweiser ist. Ist ja der Wahnsinn. So. Go. So, dann da hoch. Oh, 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 oh. Kann ich hier, kann ich hier, kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Oh, 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 oh. Ich bin hier ziemlich... Ah, warte mal. Jetzt ist hier frei. Ha, ha, ha. Das hättet ihr nicht tun dürfen. Oh, oh. Jungs, fangt's. Haha, Geschenk. El presente for Presidente. Juhu. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Nein, das gibt es doch nicht. Nein, das gibt es doch nicht. Ah, ha, ha. Halt, warte. Das vergesse ich jedes Mal. Ja, 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 ja. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Warte, wir locken den schon mal hier nach vorne. So. Wuhu, Feuerwerk. So, jetzt ist nämlich hier drüben frei. Ja, ha, ha. Berechenbar, die, die sind alle so berechenbar hier. Ah, ha, ha. Was denn, was denn von wo denn... Oh, jetzt reicht's mir aber. So, Dauerfeuer. Passt. Sully, alles klar? Okay. Was ist das? Aua, 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 aua. Lass den Scheiß jetzt. Uhu, das tut weh. Fang. Hier, ab in die Küche. Uhu. Ich sagte, du sollst das unterlassen, Baby. Oh, ich muss nachladen. Warte mal kurz. Hier, zack. Ha, 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 oh, ho, ho, ho. Welches Auto denn? Was für ein Auto? Hast du ein Auto hier? Warum bist du das Auto nicht holen gegangen, hm? Warum muss ich wieder alles tun hier, hm? Hm? Sully! Darf ich mal... Aha! Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Toll, Sally, lass mich mal ran. So, wo haben wir sie denn? Da, also, Erdkrümmung, Luftwiderstand, Winkel, passt, rein da. Komm noch ein Stückchen, höher, so, rein da, uhuhu. Aua. Oh, Junge hat das große Kugeln, das tut ganz schön weh. Und, go. Nähä, lass mich, aua, lass mich. Ah, ich kann auch hier rein. Lass das, lass das, lass das. So, und jetzt, ha? Oh, alter, au, 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 oh, oh, oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, nein. Und das wollen wir gleich sehen, hier, komm, ins Gesicht. Sally, hilf, Sally, hilf. Oh, 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 lass das. Du kannst mich mal hier, setz dich aufs Sofa, gefälligst. Oh, da leg dich auf den Boden. Ist, ist mir doch egal. Ist mir wurscht. Ha, 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 ha. Uhu. Oh, 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 oh. Nein, 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 wo kommt das Scheiß-Tick jetzt wieder her? Au, au, ah. Yes. Oh, oh. Aha. Ah, zum Auto. Ich bin beim Auto, Sally. Yeah. Gib it. Bin dabei, bin dabei. Uhu, uhu. Okay, okay. Ah, oh, verdammt. Glieddosenblick jetzt hier. Oh, oh, oh. Werden, werden das. Au, 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 au. Ich überfahr dich gleich. Ich überfahr dich gleich. Ich überfahr dich gleich. Ich überfahr dich gleich. Oh, oh. Ich bin der geborene Fahrer. Mäh, mäh, mäh. Juhu. Entschuldigung. Weg da, weg da. Entschuldigung. Oh nein, 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 nein. Oh, Verzeihung. Oho. Warte, 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 warte. Ja. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oho, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Jetzt schleicht die. Du Autoxicht. Entschuldigung, darf ich mal eben. Ah, oh. Auf ne Ente. War das ne Ente? Ich glaub, ich bin auf ne Ente. Oh. Ich komm hier nie runter, wenn ich immer links-rechts fahre. Oh mein Gott. Lasst mich jetzt mal durch hier. So, also der ist da unten wieder. Warte. Oh nein, weg, weg da, Marktplatz. Ah, 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 nein. Warum, 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 warum. Es tut mir so leid, oh mein Gott. Weg da, es tut mir unglaublich leid. Es tut mir so leid. Ich werde für all den Schaden nicht aufkommen. Ha, ha. Darf ich mal eben, darf ich mal. Oh, das war knapp. Au, au, au. Toll. Ei, 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 ei. Hat das Ding einen Boost-Knopf? Okay, warte, hier geht's nicht lang. Ich geh hier lang. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Wahrscheinlich, nein. Ja, ja, hab's gesehen. Ja, ist wahrscheinlich das Beste hier. Yes, oh. So, Vorsicht, Vorsicht. Ah, 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 Blumen. Ah, ich hasse Blumen. Ja, ha, ha, ha. Nein. Ah, so geht doch. Äh, ja. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Echt jetzt? Wir werden das ein Geländewagen fahren. Ich werde aber runtergefahren. So. Ja, ich komme. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Kein Stress jetzt. So. Komm, hier. Habt ihr was zu tun? Hahaha. Oh nein. Wo kommt der jetzt wieder her? Ja, bin dabei. Ja. Oh, 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 oh. Ah, 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 Aua, ah. Mein Genick, oh. Wir fahren einfach direkt hier weiter. Oh. Sam, Sam. Oh, Motorradaction. Geil. Hahaha. Ich bin dabei. Ich habe keinen Plan. Aber warte. Genau, genau. Einfach, einfach. Oh oh, oh oh. Kopf einziehen. Oh, Kopf einziehen. Oh. So, hier hoch. Ja, das habe ich auch schon mal eleganter hingekriegt. Habe ich Hühner gefangen? Oh 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 oh. Was soll jetzt? Oh oh oh. Ah, hier wie hier. Oh oh. Nein, 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 nein. Cliffhanger Action. Ah, ah, aua. Oh 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 oh. Ja, ich schaff das. Oh oh, hoch, 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 hoch. Oh 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 oh. Oh, war das knapp. Physikalisch gesehen eigentlich nicht möglich, aber hu hu hu. Ah, oh, ah. Nein. Ah, ah, ah. Das ist der Scheiß. Aua. Ah, nein. Nein, 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 nein. Nicht nicht. Hühner. Oh Gott. Aua, jetzt reicht's mir. Wo bist du? So, Fahrer auch gleich ausknüpfen. Gute Nacht. So. Schleich die, du Schu... Ah, sag mal. Spinnst du? Warte, bisschen mehr Abstand hier. Komm. So. Nein, was ist denn jetzt los? Oh, ins Gesicht, du Lauch. Uhu, das war voll Spaß. Aua. Nein, das macht doch keinen Spaß. So, warte mal, warte mal. Hier, komm. Aua. Was ist das? Warte, 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 warte. So, der Fahrer hier. Zack, ciao. So, dann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ciao, ciao. So, hier, ciao. Halt still, halt still. Auf deinem scheiß Roller. Run. Nicht explodieren, bitte. So, kann ich mich jetzt da ein bisschen hochziehen, bitte? Oho, wuhu. Slide-Action. Ah, schade, schon vorbei. Oh, oh. Ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich so auch noch, wie. Oh mein Gott. Hä? Aua, aua. Andere Seite, andere Seite. Warte. Ja, ha, 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 ha. Oh. Ah, au, au. Lass das. Ah, verdammter Stein. Wuhu. I'm fucking triple X, baby. Wuhu. Komm, ins Rad. Oh, oh, warte, warte. Ah, ha, 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 ha. Uhu. Äh, hallo? Da überhin? Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Ich hab keine Motion mehr, ich hab keine Motion mehr. Was soll ich denn jetzt tun? Warte, ich muss... Aua. Ich... Wie soll ich denn... Wie soll ich denn hier... Ah, warte, so vielleicht. Ja, ja, so, so. Ah, na, endlich. Nein, 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 Nathan. Das war falscher Knopf. So, warte, 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 warte. Warum kann ich denn nicht... Hallo? So, ciao. Lässt du das da vorne bitte sein jetzt? Dankeschön. Fahr rausknipsen, Fahr rausknipsen. Echt jetzt? Von hinten? Echt jetzt? Was willst du, ha? Schleich dir, du Lauch. Engine im Arsch, ja? Ja, gleich, gleich. Warte, warte. Aber weißt du was, jetzt reicht's. Oh nein! Ja, was war das denn? Uhu. Der Anhänger ist explodiert. Explodiert. Wie meine Ex-Frau. Explodiert. Nein. So, jetzt, warte mal. Hörst du? Hörst du? Jetzt auch auf mich zu schießen vielleicht. Oh. Ah, jetzt kann ich, jetzt kann ich die Waffe nehmen. Jetzt kann ich die Waffe nehmen. Daneben, 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 daneben. Äh, und treffer, 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 treffer. Uhuhuhuhu. So, ich muss mal ein bisschen hier... Lass das jetzt. So, dann du. Warte. Ich muss erst mal da rüber. Und dann in Deckung. Warte, darf ich mal eben kurz... Fahre ausknipsen, fahre ausknipsen. Fühl dich ausgeknipst. Ja, was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Du musst selber schießen, hä? Ha, ha, ha. Ah. So. Hey. Wo denn? Hallo? Ah, davor. Ah, davor. Ja, ha. Oho. Hey. Warte, warte, warte. Boah, vater, nochmal. Jetzt reicht's mir aber hier. Aua. Aua, sag mal, spinnst du? Bist Granate hier, komm. Oh, die wär voll ins Auto gegangen. Aua. Lass den Scheiß. Lass den Scheiß. Lass den Scheiß. I wish you a merry messiness. I wish you a merry messiness. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich ins Auto rein, oder wie? Ah. Das hättest du wohl gerne. Los, überbohrt mit dir. Echt jetzt? Schleich die, du Lauch. Ist mein Auto. Ist, ist, ist meins hier. So, erstmal hier, komm. Den, den, bam, so. Bam, 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 bam. So, dann du noch. Oh, oh. So. Piss die. Schleich die. So. Ach so. Ich komme. Nein, nein, nein. Lass das. Klong. Knutsch den Reifen, Baby. So. Raus hier, meiner. So. Kann ich jetzt auch schießen? Nein, ha? Wahrscheinlich nicht. Nein. So, warte, dann fahr ich euch einfach um. Boom, umgefahren. So, dann den hier. Warte, warte. Alter. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Noch größer hin. Ah, verdammt. Oh, aber das macht voll Spaß. Oh, könnte bitte das ganze Spiel so seien. Haha. Oh, oh, warte. Wartet auf mich. Wartet auf mich, Jungs. Warte, warte, warte. Erstmal umfahren hier. Ich fahr dich um, Kollege. Ciao. Ich muss Sam einholen. Ja, wie soll ich denn das anstellen hier? McK da. Ohohohohohohoho. Yes. Ohohoho. Warte, 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 warte. Lasset den Scheiß jetzt. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Zieh die hoch, komm schon, komm schon, komm schon, zieh die hoch, 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 zieh die hoch. Hier, rein da. Rein da jetzt, hab ich gesagt. Nein! Oh! Mitfahr gelegen weiter. Oh, wie geil war das denn? So, jetzt bin ich aber... Aua! So, wo spinnst du? Hier, komm. Komm. Runter mit... Wie, die haben mich runter gehauen. Wie, die haben mich runter... Wer ist denn das? Batman? Superman? Kann nicht sein. Ich bin Batman. So, ciao. Bleiben wir eben kurz hier, lass den Schmarrn jetzt, du Penner. So. Ach, jetzt halt doch mal still hier. Oh. So. Oh, oh, ah, die schießen von allen Seiten, das ist nicht fair, das ist nicht fair, das... Oh, das Ding explodiert gleich. Bleib hier! Nein, 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 lass das! Ach, tschüss! Hi! Darf ich mal mitfahren? Wuhu! So, schleicht die... Wuhu! So, schleicht die... Wuhu! Wuhu! So, komm schon! Nein! Schleicht euch jetzt! Sam! Sam! Schleicht von Sam! Ich konnt's nicht lesen! Handicap! Sag mal, spinnst du! Ciao! Sam! Oh, oh! Das war so beabsichtigt, das... Oh, oh! Ich explodier gleich, ich explodier gleich, ich explodier gleich, ich explodier gleich! Soll ich durch, soll ich durch, soll ich durch, soll ich durch! Nicht Sam umfahren, nicht Sam umfahren! Wuhu! Hey Brüderchen! Komm her! Ich versuch's! Ja, los! Hüpfe rein! Okay! Spring rein! Spring! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Nein! Oh! Oh! Ja und so, wir machen wir hier schnellen Schnitt! Ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken! Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit! Bis zum nächsten Mal! Hoch die Hände! Oh Gott, das brennt! Bis zum nächsten Mal! Ciao!